Das syrisch-christliche Kloster Moor Gabriel besteht seit 397 unserer Zeit und gehört zu den ältesten Klöstern der Christenheit. Jahrhundertelang war es ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum, in dem weit über 1000 Mönche arbeiteten und studierten. Es liegt in einer ehemals paradiesischen Region, dem sogenannten Turabdin, zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Doch die Existenz des Klosters ist bedroht. Dorfvorsteher der umliegenden kurdisch-islamischen Dörfer haben Klage erhoben. Eine Mauer, die zum Schutz gegen Vieherden der Kurden errichtet wurde, soll wieder weg. Das umliegende Land, seit eh und je Kloster-Eigentum, soll den Muslimen zugeschlagen werden. Welchen zweifelhaften Charakter die Klagen gegen das Kloster haben, wird besonders an der Behauptung deutlich, dass es auf dem Grund einer ehemaligen Moschee gebaut worden sein soll. Doch als das christliche Kloster entstand, gab es Mohammed, den Begründer des Islam, noch gar nicht. Folglich auch keine Moschee. Trotzdem, die türkische Staatsanwaltschaft geht der Klage nach. Worum geht es tatsächlich? In den letzten 100 Jahren haben es die Türken vermocht, den christlichen Bevölkerungsanteil von etwa 33 Prozent auf ein Prozent zu senken. Und zwar durch Massaker, Versklavung und Vertreibung. In Turabdin sind es heute nur noch etwa tausend Seelen, von ehemals etwa einer halben Million, die versprengt in den einstmals blühenden Dörfern und ehrwürdigen Klöstern leben. Von jedem dieser Orte sind ungeheuerliche Ereignisse dokumentiert. Ereignisse, die den Massenmord an den Christen zum Gegenstand haben, den Dschihad. In Hesno de Kifu zum Beispiel folterten und ermordeten türkische Soldaten und Kurden die etwa 500 christlichen Bewohner und warfen die Leichen in den Tigris. In der Nähe des Dorfes Salach wurden über tausend Männer, Frauen und Kinder mit Messern, Äxten und Schusswaffen ermordet. Sie wurden teilweise noch lebend in große Brunnen geworfen. Nur hübsche Frauen und Mädchen wurden verschont, aber nur deshalb, um sexuell missbraucht und versklavt zu werden. Über 250.000 Frauen und Kinder wurden auf diese Art und Weise gewaltsam dem Islam einverleibt. Entsetzt schrieb der von US-Präsident Wilson auf Erkundung geschickte Offizier James Harbord in seinem Bericht, Verstümmelung, Vergewaltigung, Folter und Tod haben ihre beklemmenden Spuren in hundert schönen Tälern hinterlassen. Frauen und Kinder sind mit Geschlechtskrankheiten infiziert. Ein Schrei des Elends, Nachwirkungen einer hemmungslosen und bestialischen Brutalität. Auch Moor Gabriel wurde angegriffen. Kurdische Muslime drangen mit Erlaubnis der türkischen Armee nachts ins Kloster ein und ermordeten alle dort lebenden Menschen. Die Mönche wurden mit den Köpfen nach unten aufgehängt und grausam gemartert, so wie es der Koran vorschreibt. So haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab. So ergreifet sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet. Vier Jahre lang hauste eine Kurdensippe in den Gebäuden, verwüstete die Räumlichkeiten, verbrannte die wertvollen Bücher der Bibliothek und ließ die Felder und Gärten verdorren. Trotzdem, im Lauf der Jahrzehnte gelang es aramäischen Christen, das Kloster wieder aufzubauen und in bescheidenem Maße zu bewirtschaften. Junge Leute lernen hier heute die aramäische Sprache, immerhin diejenige, in der Jesus Christus zu den Menschen sprach, und werden in den Riten und Gebräuchen ihrer Vorväter unterrichtet. Bildbände machen auf das Kloster aufmerksam und mehr und mehr Touristengruppen kommen aus dem westlichen Ausland hierher. Doch die islamische Türkei scheint keinen Frieden mit Ungläubigen zu kennen. So ist die Unterrichtung der aramäischen Sprache bis heute untersagt. Lehrmittel sind verboten. Türken, die sich zur christlichen Religion bekennen, werden entrechtet, verfolgt und sogar ermordet. Es sieht so aus, als wenn die Türkei, das sogenannte Haus des Islam, von den letzten Ungläubigen säubern will. Denn im gleichen Maße, wie der Islam den Bau seiner Machtzentren, Moscheen, in Europa, dem sogenannten Haus des Krieges, vorantreibt und die Religion der Unterwerfung installiert, will er die letzten unbequemen Zeugen des Völkermords und Städten der Erinnerung, wie die Klöster des Tourabdien, loswerden. Denn die Gefahr schwebt über dem türkischen Staat, dass die monströse Wahrheit ans Licht kommt. Und selbst vor der zum Mythos verklärten Gründergestalt Atatürk nicht halt macht. Der fühlte sich nämlich den Organisatoren des Massenmords in so hohem Maße verpflichtet, dass er zahlreichen von ihnen hohe Regierungsämter verschaffte. Alle wissen es, doch nur wenige, wie der türkische Historiker Tane Akcam, haben den Mut, die bittere Wahrheit auszusprechen. Die Gründung des türkischen Staates beruht auf der Ermordung der armenischen, griechischen und syrischen Christen. Sollte der Fortbestand der 1600 Jahre alten Klöster des Tourabdien nur deshalb in Frage stehen, weil die islamisch ausgerichtete Türkei ihre eigene Vergangenheit nicht ertragen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017